So ihr Boys, wir starten jetzt am vorletzten Tag zur Schnorchel-Safari. Hallo. Hier ist schon die Schnorchel-Gang vereint. Das Wasser ist heute sehr klar. Schnorchel-Gang-Gang. Und offensichtlich gibt es hier wieder ein Hai oder irgendwas. Ja, wir haben zwei weißen Rehen und wieder ein Babyhai. So, wir warten jetzt hier, dass es losgeht. Das ist unser Boot. Da und unsere Holländer Nachbarn kommen, um uns zu verabschieden und uns Glück zu wünschen. So mein Schatten, bist du aufgeregt? Alles ist toll. Also das ist unser Boot. Wir fahren jetzt zum ersten Schnorchel-Dicksbums-Spot. Und ihr fährt jetzt schon mal nach oben. Sehr cool. Hier ist kein Klo. Hier ist kein Klo. Wir schwimmen im Klo, kann man sagen. Das heißt, ich muss ins Wasser gehen. Ach, dirty, Alter. Also wir schlängeln uns jetzt hier durch. Es ist nämlich Ebbe. Nee, Susi hat sich versprochen. Sie meint, wir schwängeln uns hier durch. Es ist Ebbe. Und deswegen guckt hier überall was raus. Ja, vor allem wenn du hier nach unten wirst. Es war gelogen. Wir sind gleich bei der Insel. Die sieht total süß aus. Und da haben wir wahrscheinlich unseren ersten Schnorchel-Spot. Franzi cremt sich jetzt auch mal ein. Die sind aber nicht ganz schön. Das ist der letzte Schnorchel-Spot. Lass, du bist der letzte Schnorchel-Spot. Lass die Kern palieren. Nicht die Kern palieren. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.